Neuer Versuch. Alter, wo sind wir denn jetzt wieder gestartet hier? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo war das Ding hier? Da war es, okay. Alter, sehen wir jetzt auch unsere letzten Fußspuren oder was? Unsere eigenen? Sehr geil. Ja, wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Ich glaube, ich kann keine Sperre mehr herstellen, die wären halt wichtig gewesen. Einen habe ich, einen kann ich noch herstellen, okay. Pfeile herstellen ohne Ende. Keule können wir nicht mehr herstellen. So, jetzt hier hoch. Am Anfang hat es so gut geklappt. Den holen wir uns auch mal wieder hier. So, jetzt sehen wir ja noch keine Gegner, ne? Da ist einer, oder? Ne. Schlecht wieder der eine? Oh, mehrere sogar. Vor allem stehen sie auf, wenn ich den Takedown mache, so in der Art. Ist klar, ne? Egal. Hauptsache tot. Irgendwo war doch hier gerade einer. Oh, scheiße. Wo denn? Schnell weg. Oh, scheiße. Äh. So, warte mal. Wir verstecken uns erstmal. Das scheiß Feuer ist auch mal im Weg. Oh, da ist er. Gegner in der Nähe wurden. Scheiße. Jetzt haben wir vergessen, das zu machen. Stimmt ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Vorsicht. Komm. Ach, lauf doch nicht so viel. So, den haben wir auch. Zack. Den haben wir. Oh, hinter uns kommen auch welche. Die kommen von allen Seiten. Warum? Ey, warum hatten wir den? Alter, ne, jetzt sterbt mal wieder. Jetzt sterbt mal wieder. Scheiß Dreck. Aua. Scheiße. Warum hat denn der das ausgehalten? Zwei Sperre hält er aus, ja? Ja, unser Löwe ist natürlich auch schon tot. Fuck, ey. Wie machen wir denn das jetzt? Wir haben noch keine Chance mehr. So, den haben wir. Oh, Gott. Leute, das wird wieder nichts. 100%ig nicht. Wir laufen jetzt einfach mal im Kreis. Scheiße. Wie mache ich denn das? Scheiße. Vielleicht sollten wir doch mal die Eule auf hier machen mit dem Bomben. Oh, die halten alle viel zu viel aus. Shit. Die halten alle viel zu viel aus. Ist doch kacke. Oh, Alter. Wie viel heilt denn die denn aus? Das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Jetzt sind wir hier wieder. Komm, da hauen wir jetzt nach oben ab. Hauen wir jetzt einfach ab. Dann müssen wir erstmal da hochkommen. Ich brauche unbedingt wieder Pfeilen und all so'n Scheiß. Oh, die sehen mich, wenn ich hier hochkläre. Das ist scheiße. Oder? Nee. Haben mich noch nicht gesehen. So, ich glaube, alles hat sich erstmal beruhigt hier. Oh, da ist schon wieder der Nächste. So, den haben wir erledigt. Ähm... Hier gibt's nicht zufälligerweise irgendwie ein bisschen Munition oder so. Wolltest du eigentlich gar nicht mehr kaputt machen, oder? Aua, aua. Jetzt brenne ich auch noch. Wollt ihr mich verarschen oder was? Was muss ich eigentlich machen? Irgendwo ist der Typ wahrscheinlich da. Der eine, den wir töten müssen. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen hart verwirrt. Ich fange mir mal hier was an. Oh. Hä, wo sind sie denn? Wow, ein Pfeil. Und den habe ich daneben gesetzt. Yay. Okay. Okay, der ist tot. Wir müssen das jetzt sneaky machen. Immer schön einen töten und dann wieder abhauen. Dann kriegen wir das auch hin. So, guck mal. Der bemerkt uns noch nicht voran. Guckt der weg, ja, ne? Schnell, schnell, schnell. Oh, komm nicht ab. Bleib hier, bleib hier. Oh, ich habe einen Holzpfeil aufgesammelt. Yay. Yeah. Der W-Skin bekommt eine Trophäe hier. Die sind ja sonst wohin gerannt. Pass mal auf, den kriegen wir jetzt auch noch. Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Aber der stinkt. Scheiße. Scheiße. Oh nein. Den können wir gar nicht von nahem töten, oder was? Weil er so stinkt. Oh, den bin ich jetzt umlaufen hier. Aber die rennen jetzt alle in die Richtung. Scheiße. Einen Holzpfeil habe ich noch gesammelt. Einen Speer habe ich auch gesammelt. Oh, ist das kacke, ey. Jetzt freuen sie sich, oder was? Oh, jetzt habe ich einen, den wichtigen da getroffen. Ich kann ihn nicht von nahem killen. Das geht nicht. Wie bescheid ist das denn? So, wie viele Pfeiler habe ich? Vier kann ich mir jetzt machen. Ich will erstmal die anderen töten. Oh shit, der kommt angewandt. Scheiße. Den haben wir getötet. Okay. Ganz, ganz cool bleiben. Alles wird gut. Wir dürfen jetzt nicht schon wieder sterben. Och, jetzt sehen die mich auch noch. Da ist der Vollidiot. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Den haben wir auch erledigt. Oh, scheiße. Die anderen kommen. Shit, shit, shit. Erstmal was phrasen. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Ich bin echt ratlos. Der sieht mich nicht, oder? Doch, der sieht mich. Alter, warum hängen wir so viel aus? Komm, jetzt. Stirb halt. Oh nein, shit. Jetzt hänge ich hier fest. Das gibt's doch nicht. Nochmal heilen los. Das gibt's doch nicht. Wir werden, glaube ich, doch erstmal was anderes machen sollen an der Mission. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, ey. Scheiße. Oh nein. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Oh, uns ist kalt. Wir müssen... Wir müssen uns mal aufwärmen. Verdammte Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wenn ich die Eule jetzt versuche zu holen... Wo sind die Gegner? Komm, Eule. Da. Aber die können wir nicht angreifen, oder? Nee, ne? Nee, die können wir nicht angreifen. Ich glaube nur die mit so einem roten... Mit so einer roten Markierung. Hier hinten läuft schon wieder eine von denen. Oh, die zingeln mich grad ein. Ninja! 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 Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Heilige Scheiße! Hä? Hä? Wo denn? Da. Wer bist du denn jetzt auf einmal? So, warten wir erst mal schnell ein bisschen sammeln. Vielleicht kriegt man was wichtiges. So, jetzt hören wir uns ein erst mal wieder... ...hier ganz vergessen, vor lauter Aufregung. Ein Fall. Da ist er, der andere. Oh, der ist tot. Schnell hier das sammeln. Äh, komm, greif an. Ey, jetzt haben die den schon wieder getötet. Das gibt's doch nicht. Wie machen die denn das? Wie soll ich denn die töten? Warte mal, das scheiße. Vor allem sind das noch vier Gegner. Scheiß Dreck. Ich hab echt keine Ahnung. Warte mal, warte mal. Bienenschwarm. Äh, wie werfe ich den denn? So. So, und? Ja, toll, der eine ist jetzt. Der eine kriegt was ab, der andere nicht. Ah. Sind jetzt beide tot? Scheint so. Äh, warte, warte, warte. Ähm. Da hat mir ja die Bing-Dings richtig was gebracht, du. Ja, unser Beste ist jetzt schon wieder tot. Tut mir leid, aber das brauche ich. Gott, ist das Level anstrengend, ey. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei Gegner, glaube ich, ne? Ja. Da hinten ist einer und oh, der sieht mich schon, wie das kann ja nicht wahr sein. So, dann der für gute Augen. Hab ich denn noch Rotblatt? Nein. Einen von denen kann ich noch holen. Na komm, hol mal den, der bringt mir aber auch nichts, glaube ich. Ich muss sie irgendwie, ich muss dann irgendwie versuchen zu umgehen. Dass ich den von hinten attackieren kann. Mann, wie wirft man einen Stein? Äh. Ne, das war die Eute. Scheiße. Nach unten war es, ne? So, komm, ablenken. Vielleicht klappt es ja so. Jetzt sind wir ja eins gegen eins. Geh halt hin. Soll zu dem Stein hingehen. Ja, also. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt haben wir noch den einen hier als Gegner und haben selber aber nichts mehr wirklich zum angreifen. Ganz toll. Weil den kriegt man bestimmt auch nicht nur so mit einem Takedown wieder. Das glaube ich weniger. Alter, hat er den jetzt mit einem Schlag getötet? Hä, wie soll ich den jetzt töten? Ganz ehrlich, wie soll denn das jetzt gehen ohne ohne einen Speer oder sonst was? Hä? Ich verstehe es echt gerade nicht. Der stinkt so sehr, dass ich davon sterbe. Alter, das geht auch gar nicht klar. Wie mache ich das jetzt? Ich bin gerade komplett verwirrt. Ohne Scheiß. Ähm. Gibt es hier irgendwas für mich? Hier ist ein Speer. Hier ist das hier. Wir müssen jetzt erstmal schnell einsammeln. Ach ne, ich wollte eigentlich das hier machen. Ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen irgendwie Sachen, dass wir uns irgendwie was herstellen können. Scheiße. So, jetzt haben wir einen Speer. Ja, den schießen wir den rein. Er hat ein bisschen Damage und dann habe ich auch nichts gekonnt. Hier geht es rein. Da haben wir vielleicht auch nochmal was. Hier. Ne, auch nur Stuff, aber keine Waffen oder so. Was ist hier? Ist da ein böses Tierchen drin? Ne. Naja, komm. Dich befreie ich einfach mal. Und, habe ich damit jetzt was gekonnt? Oder? Ich habe jetzt jemanden befreit. Ja, und? Hier ist eigentlich nichts. Ein Gefangener wurde getötet. Ja, toll. Was hat sie jetzt gebracht? Was ist das hier? Das zeigt mir doch Gabe an. Ähm. Hier sind Sperre. Gib mir die Sperre. Danke. Da ist auch noch was. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh, doch. Jetzt haben wir dieses Mal drei Pfeile. Warte mal. Sag mal, bringt das auch was? Oder? Der nimmt überhaupt keinen Schaden, alter. Doch, jetzt. Oh, jetzt werde ich das Ding noch daneben. Hä? Der hat doch getroffen. Schnell vorbeireiben. Schnelles Zeug sammeln. Los, komm, komm, du per. Ich glaube, ihr denkt bestimmt auch, ich bin total bescheuert, aber naja. Schnell weg. Habe ich jetzt nochmal was eingesammelt? Nochmal zwei Pfeile, komm. Das reicht immer noch nicht. Irgendwo nochmal Munition bitte für mich. Komm, irgendwo muss er nochmal Munition sein. Enttäuscht mich nicht. Wow, was denn hier? Oh. Ja, den Jaguar oder was das ist, lass mal mal schön da drinnen. Ich will nur Munition haben. Ah, das ist auch wieder nur Stuff. Alter, befreit sich das Viehgrad? Nein. Hier. Was ist das? Pfeile? Sperre? Sperre, sehr gut. So, pass auf jetzt. Wo ist er? Da unten ist er irgendwo. Gehen wir erst nochmal in Ruhe hier lang. Oh, scheiße, ist das schwer, ey. Also mit schwer haben sie auch wirklich nicht untertrieben oder so. Jetzt guckt ihr schon wieder in unsere Richtung. So schön verstecken. Jetzt lasst wir jetzt erstmal vorbeilaufen. So. Von hinten erschießen wir den jetzt hier, komm. Zack. Zack. Immer noch nicht tot. Ey. Ohne Mist jetzt. Jetzt übertreibt es halt echt. Ah. Oh, hier haben wir Sperre. Sehr gut. So, jetzt aber. Komm. Wo bist du, du Penner? Habe ich mir? Alter, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dreh hier gleich am Rad, ey. Oh, endlich. Oh, endlich. Oh, das geht. Oh, nichts. Oh. Oh, das geht. Oh. 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 Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Jury, Malchassar. Da krawadhan waida. Krawadhan. Krawadhan. Hada. Malchassar, kwan. Uddaha, Malchassar. Uda, kwan. 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 alter war das heftig jetzt ich habe echt gedacht ich schaff das nie so was schweres wahrscheinlich habe ich mich auch nur dumm angestellt aber das war für mich für mich persönlich war das mega schwer leckt mich hart am sack ja da vor Die Wiener, die Schwa di Krauhadantaha. so da hat sich deinem dorf angeschlossen naja angeschlossen erf und freiwillig angeschlossen würde ich meinen oder wie komme ich jetzt hier weg hier lang so plus zwei fähigkeiten wo muss ich jetzt lang ich wollte mal zu meinem warte mal ne falsche richtung ich muss glaube ich hier raus hier nach logisch jetzt will ich erst mal zu meinem was haben wir hier gehängt nehmen fleisch das kann ich gerade alles gebrauch gibt glaube ich gerade nichts was ich nicht gebrauchen kann was haben man im belohnungslager drin das brauchen wir nicht das nehmen das 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 so haben wir doch wieder ein bisschen wenigstens was dazu bekommen meine fresse das war echt nicht leicht aber wir haben es geschafft nach so einem harten kampf lege ich mich erst mal eine runde hin ohne scheiß gut nacht da fühlt man sich doch gleich viel besser jetzt haben wir noch was neues im benotungslager vielleicht haben wir noch was dazu bekommen was wir brauchen siehst du das ja toll da könnte ich mich immer zu schlafen legen bis zum morgen der morgen warten und dann kriegt das wieder dazu oder was weil ich schon wieder zu einem war aber naja soll mir doch egal sein gut